Dieser Mann hat sie beklaut. Und nicht nur sie, sondern auch alle anderen deutschen Steuerzahler. In diesem Film wird er erzählen, wie er und viele andere Banker unseren Staat über Jahre ausraubten. Allein dieser Mann erbeutete 50 Millionen Euro. Da wo ich aufgewachsen bin, da wird man entweder Arbeiter, Landwirt oder Arbeitsloser. So hieß es bei uns in der Familie. Ich wollte mich mit diesem Schicksal nicht abfinden. Und am Ende konnte ich es nur auf diesen einfachen Nenner bringen, Gier fristieren. Und das gilt, wenn Sie mich fragen nach einer Erklärung, wohl nicht nur für mich. Dies ist die Geschichte eines Raubzugs, der die europäischen Steuerzahler mindestens 55 Milliarden Euro gekostet hat. Und sie beginnt in einem Hochhaus. 32. Stock, Frankfurt am Main, im Skyper. Zu Hochzeiten arbeiteten hier Dutzende Top-Anwälte für Wirtschaft und Steuerrecht. Man könnte auch sagen, dies war ein Tatort. Was diese Leute hier gemacht haben, die Anwälte nannten es Cum-Ex, Cum-Cum oder schlicht steuergetriebene Geschäfte. Ich würde sagen, es war der größte Steuerraub aller Zeiten. Milliarden, die Sie, liebe Zuschauer, als Steuern vorher bezahlt hatten. Wenn man da oben arbeitet und auf die Welt nach unten schaut und da Menschen auf der Straße zur Arbeit gehen sieht, dann sind die Menschen sehr klein, winzig. Und das war die Welt, die normale Welt. Zu der gehörten wir nicht mehr. Wir haben da oben aus dem Fenster geguckt und haben gedacht, wir sind die Schlauesten, wir sind die Genies und ihr seid alle doof. Doch dann kam man ihnen auf die Schliche. Dem deutschen Fiskus sind seit 2001 durch dubiose Aktiengeschäfte sogenannte Cum-Cum und Cum-Ex-Deals fast 32 Milliarden Euro an Steuern entgangen. Der Fall beschäftigt längst die Politik, aber auch die Staatsanwaltschaften. Doch der Durchbruch fehlte bis jetzt. Demnach sagten bei der Staatsanwaltschaft Köln mehrere Insider aus. Erklären das dubiose Geschäft und nennen Namen. Einer dieser Insider hat sich entschieden, auch mit uns zu sprechen. Mein Kollege Oliver Schröhm und ich mussten ihn lange dazu überreden, denn er ist zugleich Kronzeuge. In einem der größten Steuerermittlungsverfahren der Geschichte. Und weil man sich als Kronzeuge nicht unbedingt beliebt macht, werden wir einiges an ihm verändern. Es ist das erste Mal, dass einer aus dem Innersten der Cum-Ex-Industrie vor einer Kamera auspackt. Er muss vorsichtig sein. Er könnte einige Leute ins Gefängnis bringen. Und auch ihm drohen viele Jahre Haft. Er wäre damit erledigt, denn der Mann ist Top-Jurist. Arbeitete ganz oben in den größten Kanzleien. Bis eines Morgens die Ermittler vor seiner Tür standen. Die Ermittler hatten im Prinzip alles. Sie hatten alle Informationen. Sie wissen aber nicht, wie sie das zusammensetzen sollen. Und das war meine Aufgabe, mit den Ermittlern zusammen dieses Puzzle zusammenzusetzen. 2016 beginnt der Mann bei der Staatsanwaltschaft Köln auszusagen. Mehr als ein Jahr lang wird er befragt. Und er belastet seine ehemaligen Kollegen schwer. Er gibt der leitenden Staatsanwältin nicht nur Einblicke, wie die Geschäfte liefen, sondern auch, wie die Leute tickten, die sie gemacht haben. Ich denke, es war 2005, als ich das erste Mal eine Million Euro verdient hatte. Jetzt könnte man denken, das reicht doch. Aber aus der heutigen Perspektive kann ich eins sagen. Es war nie genug. Nie. Können Sie da ein Etikett draufkleben? Wie viel haben Sie mit Cum-Ex insgesamt persönlich daraus getragen? Das kann ich ziemlich genau sagen. Es sind ca. 50 Millionen Euro gewesen. Man kauft sich einen Porsche, man kauft sich Villen. Aber dann treffen Sie wieder auf jemanden, der hat nicht nur einen Porsche, sondern eben zwei. Dann treffen Sie wieder auf jemanden, der hat zwei Villen auf Mallorca. Selbst wenn Sie nachher so viel Geld auf dem Konto haben, dass Sie das in Ihrem ganzen Leben nicht mehr ausgeben können. Es ging nicht mehr um die nächste Million. Es ging um den Thrill, immer schlauer zu sein als alle anderen. Die 50 Millionen muss er übrigens wieder abgeben. Warum redet dieser Mann? Er bereue heute, was er tat. Sei ein anderer Mensch geworden, sagt er. Zugleich weiß er, dass sein Geständnis strafmildernd wirken kann. Reue oder Kalkül? Es ist nicht ganz leicht, solche Leute zu durchschauen. Seit zwei Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit diesem gigantischen Steuerraub. Wir haben zehntausende Seiten Akten ausgewertet und mit zahlreichen Beteiligten gesprochen, bis sich langsam das Puzzle zusammengesetzt hat. Und um es gleich zu sagen, es ist kompliziert. Sehr kompliziert. Es geht um Aktien. Und vor allem um die Steuern, die auf Aktien Gewinne anfallen. Auf die Dividenden. Diese Steuern werden erstmal automatisch an den Fiskus abgeführt. In Ausnahmefällen kann man sich die zurecht erstatten lassen. Der Trick ist nun, einen solchen Ausnahmefall vorzutäuschen. Dann bekommt man die Steuer zurück, obwohl die einem nicht zusteht. Diesen Trick nennt man Cum-Cum. Oder man täuscht für eine Aktie gleich mehrere Ausnahmefälle vor und lässt sich so mehrfach eine Steuer erstatten, die man nur einmal gezahlt hat. Das nennt man dann Cum-Ex. Es ist das perfekte Verbrechen. Wenn es das gibt, ist es das. Ist es Cum-Ex. Weil der Staat war die Quelle des Geldes. Und diese Quelle, die konnte nicht versiegen. Und die Quelle, die nie versiegt, das sind am Ende Sie und ich, die normalen Steuerzahler. Wobei Sie und ich hätten umgekehrt nie eine Chance, mit Cum-Ex und anderen Schweinereien Geld zu machen. Denn um den Staat so ausnehmen zu können, muss man schon von vornherein eine Menge Geld mitbringen. Geld, mit dem man dann trickreiche Aktiengeschäfte durchführen kann. Mit diesen Geschäften werden dann die Steuererstattungen generiert, die einem eigentlich nicht zustehen. So kann man aus den vielen eingesetzten Millionen schnell noch mehr Millionen machen. Einige Jahre lang wurden diese Geschäfte deshalb nur von Banken betrieben. Denn die hatten dafür das nötige Kleingeld. Irgendwann kamen Berater wie unser Insider und erkannten, man kann daraus ein sogenanntes Finanzprodukt bauen. Also eine Geldanlage. Dafür suchten sich die Berater private Anleger mit sehr viel Geld. Superreiche eben. Jetzt wurden die Aktiengeschäfte mit deren Geld gemacht und so wieder Steuererstattungen generiert. Die Anleger bekamen so eine schöne Rendite auf ihr eingesetztes Geld. Direkt aus der Steuerkasse. Und auch die Berater und Banken verdienten fleißig mit. Wir, die Berater, die Banker, die Anleger, jeder wusste genau, was er in seinem Spielfeld für eine Aufgabe hatte. Das ist ein hochgradig arbeitsteiliger Markt. Wir reden nicht über eine Person, die alles wusste. Wir reden nicht über zehn Personen, die alles wussten und alles gesteuert haben. Es ist eine Industrie von Hunderten, Hunderten von Menschen. Gegen viele aus dieser Cum-Ex-Industrie wird heute ermittelt. Manche haben inzwischen gestanden. Aber viele Beschuldigte fühlen sich zu Unrecht verfolgt. Bis heute. Es drängt sich natürlich auch sofort die Frage auf, wie kann man sowas überhaupt moralisch rechtfertigen? Wie kann man so etwas rechtfertigen, wenn man in seinen Spiegel schaut? Ich möchte an dieser Stelle nochmal versuchen zu beschreiben, wie wir damals gedacht und gearbeitet haben. Was für Menschen da am Werk waren. Was für eine Einstellung jeder von uns hatte. Wir waren arrogant. Wir hielten uns für Genies. Es ist eine reine Männerwelt. Investmentbanker, Anwälte, Steuerberater, alles nur Männer. Wir hatten alle dieses Bild vor Augen. Der Feind ist der Staat. Moral hat dort keinen Platz. Wer dort die Moralfrage stellt, wird sofort ausgetauscht. Verlässt das Team. Hat das Team zu verlassen. Bei dieser Recherche geht es natürlich um Recht und Unrecht. Aber es geht auch um Fragen der Moral und des Anstands. Diese Fragen haben wir besonders mit einer Bank erörtert. Der Warburg Bank. Eine altehrwürdige Privatbank in Hamburg mit einer 200-jährigen Tradition. Und mit Werten. Vor allem der ehemalige Chef und Miteigentümer Christian Oliarius lässt sich in Interviews gerne als ehrbarer Kaufmann zitieren. Auch die Politik zeigt sich gern mit ihm. Hier im Hamburger Rathaus mit dem damaligen Bürgermeister und heutigen SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Doch am 20. Januar 2016 gerät das Bild vom ehrbaren Kaufmann erstmals ins Wanken. An diesem Tag fahren Ermittler bei der Warburg Bank vor. Razzia an der Alster. Der Verdacht? Die Bankgruppe soll sich schon seit 2006 an Cum-Ex-Geschäften beteiligt haben. Im Zentrum der Ermittlungen der Miteigentümer und damalige Chef der Bank Christian Oliarius. Der Gutshof des Privatbankiers in Brandenburg. Ende 2016 besuchen wir ihn dort. Einen Interviewtermin hatte er uns nicht gegeben. Aber sein Herbstspaziergang ist eine schöne Gelegenheit für Fragen. Es ist doch ein Griff in die Steuerkasse. Jedes Mal, ob das nur legal möglich gewesen sei oder nicht. Wir haben eine merkwürdige Auffassung. Es wird alles in Vernunft und mit Zeit vernünftig aufgeklärt. Und ich brauche von meiner Einschätzung, die Sie ja kennen, kein Deut abzuweichen. Brauche ich nicht. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis heute behauptet die Bank, alles sei legal gewesen. Man habe sich nie Steuern mehrfach erstatten lassen. Natürlich kann der ein oder andere behaupten, je nachdem, was für eine Aufgabe er hatte, dass er nicht sämtliche Einzelteile der Maschine, dieser Teufelsmaschine, die wir da kreiert haben, verstanden hat. Er musste es auch nicht. Aber dass aus dieser Maschine Geld floss und dass das Geld ursprünglich vom Staat kam und dass man durchaus Zweifel anmelden kann, ob man diese Maschine betreiben sollte, das wussten alle. Zur Erinnerung, am großen Steuerraub waren Banken beteiligt, Berater und jede Menge Superreiche. Sie alle hatten eine fette Rendite. Eine Rendite, die einzig und allein aus der Steuerkasse kam. Und irgendwann kam auch der Staat dahinter. Jetzt wollte er natürlich wissen, was da eigentlich passiert war. Im Deutschen Bundestag wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet und alle mussten antanzen. Auch Christian Olearius von der Warburg-Bank sollte was erzählen. Was er aber nicht tat, er verweigerte die Aussage. Und auch private Anleger, die ihr Vermögen in Cum-Ex gesteckt hatten, waren zu Gast. Leute wie Carsten Maschmeyer. Doch die Deals sind offenbar derart kompliziert, dass selbst ein Mann, der Bestseller über Geldanlagen schreibt, ihn angeblich zum Opfer gefallen ist. Den Abgeordneten erzählte er jedenfalls, dass ihm seine Bank ja nie erklärt habe, woher die Rendite kommen soll. Ich konnte hoffentlich dazu beitragen, dass ein sehr komplexer Sachverhalt aufgeklärt werden kann, bei dem ich und andere Anleger von der Bank um Geld betrogen wurden. Und konnte überzeugend darlegen, dass ich weder wissentlich in Cum-Ex-Deals investiert habe, noch irgendetwas von Cum-Ex oder Leerverkäufen wusste. Gerhard Schick, Finanzexperte der Grünen, hat sich im Untersuchungsausschuss intensiv mit dem Skandal beschäftigt und Anleger wie Carsten Maschmeyer befragt. Es war für mich nicht abschließend einschätzbar, ob sie Bescheid wussten oder ob sie es jetzt nur so darstellen und sich darum nicht gekümmert haben. Aber letztlich, moralisch muss man sagen, wer so viel Geld hat und sich dann nicht überlegt, wo die Rendite herkommt, der ist dann auch verantwortlich für das, was da passiert. Heute gibt es ja noch viele Leute, namhafte Leute, Banker, Anwälte, Anleger, die sich hinstellen und sagen, das hat was mit Steuern zu tun? Das höre ich zum ersten Mal. Wird landläufig von diesen Menschen behauptet. Das ist partielle Amnesie. Das ist eine Krankheit, die ist ganz weit verbreitet in den Kreisen, wo ich früher gearbeitet habe. Keiner will sich mehr erinnern. Die einen sagen also, sie wussten nix. Aber manche behaupten sogar, es war legal. Im Untersuchungsausschuss wurde also auch geprüft, ob die Gesetze lückenhaft waren. Man kam zu dem Schluss, Cum-Ex war schon immer illegal. Das Gesetz verbot nur nicht ausdrücklich jede Einzelvariante dieses Steuerraubs. Das seien eh alles nur juristische Winkelzüge, sagt Norbert Walter-Borjans. Als Ex-NRW-Finanzminister hat er jahrelang an vorderster Front gegen Steuersünder gekämpft. Ich habe selbst mal bei einer Podiumsdiskussion mit einem Bankenvertreter am Tisch gesessen, der in dieser Diskussion die gesamte Schuld alleine bei der Politik und beim Staat sah, weil der Staat ja nicht verhindert hatte, dass sie so handeln konnten, wie sie gehandelt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, dass ich jedes nicht verschlossene Auto ausrauben darf. Dass jede Kasse, die jemand nicht zumacht, mir erlaubt, in die Kasse zu greifen. Trotzdem. Irgendwann beschloss das Bundesfinanzministerium, sogar das ausdrücklich zu verbieten. 2007 wurde dieses neue Gesetz erlassen, um Cum-Ex zu unterbinden. Dummerweise holte man sich dafür ausgerechnet Hilfe vom Bankenverband. Die Lobbyisten schrieben einen Gesetzentwurf, der anschließend eins zu eins in Kraft trat. Es blieb bewusst ein Spalt offen. Und das ist eigentlich das Bemerkenswerte an dieser ganzen Cum-Ex-Thematik, dass ab 2007, als dieses neue Gesetz dann in Kraft getreten ist, die Industrie, die Investmentbanker, die Anwälte, die Steuerberater, die Wirtschaftsprüfer, genau wussten, wie es geht. Es gab jetzt eine Blaupause, schwarz auf weiß, im Bundesgesetzblatt. Eine Anleitung. Eine Anleitung. Erst fünf Jahre später, 2012, wurde das Gesetz dann noch mal nachgebessert. Bis dahin aber gab es einen regelrechten Rausch. Unsere Recherchen belegen, dass viele Banken sogar eigene Abteilungen für steuergetriebene Geschäfte unterhielten. Die Mitarbeiter wurden Tax-Trader, also Steuerhändler genannt. Viele bestreiten heute im großen Stil, an diesem Cum-Ex-Markt beteiligt gewesen zu sein. Die meisten Banken, die die Cum-Ex-Maschine betrieben haben, das sind Investmentbanken, die großen. Ich kenne kaum eine, die nicht dabei war. Ich habe selber an Fällen gearbeitet, wo die Deutsche Bank Milliardenbeträge als Kredit zur Verfügung gestellt hat, die dann für Cum-Ex-Geschäfte genutzt wurden. Das heißt, die Deutsche Bank wusste, was da gemacht wird und hat daran de facto indirekt mitverdient. Jeder, der Kredite geliefert hat, der als Aktienhändler mitgewirkt hat, der als Depotbank nur Aktien verwahrt hat, jeder Anleger, der Geld zur Verfügung gestellt hat, wusste im Kern, was da passiert. Wenn Sie schon mal einen Kredit bei einer Bank aufgenommen haben, wissen Sie, was die Bank alles von Ihnen wissen wollte. Und das ist beim Milliardenkredit auch nicht anders, sondern eher noch viel tiefer gehender. Und von daher wussten die Banken, die da mitgespielt haben, was sie tun. Die Deutsche Bank räumt auf Nachfrage ein, für Kunden habe man Cum-Ex-Transaktionen gemacht. Das sei halt so, wenn man ein großer Teilnehmer am Kapitalmarkt ist. Aber man selbst habe nie am organisierten Cum-Ex-Handel teilgenommen. Bei der Warburg-Bank, so vermuten die Ermittler, sei das anders gewesen. Sogar die Inhaber hätten eigenes Geld in Cum-Ex investiert, was die Bank bestreitet. Nachdem die Ermittlungen öffentlich wurden, erklärte Inhaber Olearius im Februar in einem Interview, man habe aus innerer Überzeugung die Finger von Cum-Ex gelassen. Ein Dementi, das die Ermittler offenbar nicht überzeugte. Kurz darauf, im März dieses Jahres, durchsuchen die Fahnder Warburg erneut. Nicht nur die Bank, sondern zeitgleich auch das Schloss in Brandenburg sowie private Wohnhäuser. Die Durchsuchung richtet sich nicht nur gegen Olearius Senior, sondern nun auch gegen seinen Sohn, der inzwischen die Leitung der Bank übernommen hat. Joachim Olearius. Der Verdacht? 330 Mio. Euro Steuergeld sollen die Banker hinterzogen haben. Eine irrwitzige Summe. Sollte das bewiesen werden, droht sogar Gefängnis. Diese Klientel mag natürlich nicht am Pranger stehen. Das ist eben genau der Punkt, dass gerade bei Cum-Ex, anders als bei Drogen- und Menschenhandel- und Waffenhandelgeschäften es sich um eine Klientel handelt, die gerne in der Öffentlichkeit eine Vorzeigerolle hat. Oft auch noch mit großen Spenden und Gönnertum auf sich aufmerksam machen. Wir sind jetzt in Berlin, weil uns, beziehungsweise der Panorama-Redaktion eine recht überraschende Einladung auf den Tisch geflattert ist. Und zwar lädt die Warburg Bank, ausgerechnet die Warburg Bank, lädt ein zu einer Wertekommission. Aufgrund der neuen Erkenntnisse der Ermittler wollen auch wir noch mal die Privatbankiers fragen. Ein Interview hat die Bank zum wiederholten Mal abgelehnt. Deshalb warte ich draußen, will drinnen nicht die Veranstaltung stören. Dort wird gerade die Moralfrage diskutiert. Später wird alles stolz im Internet präsentiert. Das Grußwort spricht Olearius Junior, der jetzige Chef der Warburg Bank. Nach der Veranstaltung ist aber Zeit für Fragen da, finde ich. Schönen guten Abend, Herr Olearius. Christian Salewski, noch zur Rundfunk. Eine Frage. Sie haben ja gerade über Werte gesprochen. Können Sie mir erklären, wie Cum-Ex-Geschäfte mit den Werten der Warburg Bank zu vereinbaren sind? Sie haben ja gerade eine intensive Diskussion über Werte gehabt. Das kann die Frage jetzt ja nicht so überraschend sein. Nee. Wussten Sie denn, dass Cum-Ex-Geschäfte, dass der Profit da aus Steuererstattung stammt, für die nicht Steuern abgeführt wurden? War Ihnen das nicht bewusst? Was sagen Sie dann dazu, dass inzwischen aktenkundig ist, mehrere Kronzeugen ausgesagt haben, dass das mit vollem Wissen des Managements bei der Warburg Bank abgelaufen sein soll? Na gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Schriftlich antwortet uns später die Warburg Bank, man habe sich nie Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten oder anrechnen lassen. Und auch in Sachen Moral hat sich MM, Warburg und Co. nichts vorzuwerfen. Die Ermittler indes gehen in ihrem Durchsuchungsbeschluss vom März davon aus, dass die Bank von 2006 bis heute an steuergetriebenen Geschäften beteiligt war. Haben Sie was gemerkt? Ja, bis heute. Wer der Meinung ist, dass alles vorbei ist, der macht einen großen Fehler. Die Schüler von diesen Lehrern, von diesen Meistern des Aktienhandels, die Zauberlehrlinge von eins, sind heute diejenigen, die nachkommen. Der nächste Sturm ist schon im Anmarsch. Weil die Steuerräuber offenbar immer weitermachen, haben auch wir weitergemacht und uns Verstärkung geholt. Von mehr als 30 Journalisten aus 12 europäischen Ländern. Unter Leitung des Recherchezentrums Korrektiv haben wir gemeinsam recherchiert, Akten gelesen, Interviews geführt. Das Ergebnis, nicht nur Deutschland wurde ausgeraubt. Die Methode, mit der auch andere europäische Staaten geplündert wurden, kam auch in Spanien zum Einsatz. Nach Deutschland sind sie nach Dänemark weitergezogen und wir wurden schwer getroffen. Der Raubzug hat uns fast 2 Milliarden Euro gekostet. Wir schätzen, dass Frankreich seit den 90er Jahren bis zu 3 Milliarden Euro pro Jahr durch diese Geschäfte verloren hat. Der größte Schaden ist Deutschland entstanden. 31,8 Milliarden Euro in den Jahren 2001 bis 2016. Frankreich etwa 17 Milliarden, Dänemark 1,7 Milliarden. Insgesamt hat dieser Raubzug die europäischen Steuerzahler 55 Milliarden Euro gekostet. Mindestens. Eine wahnwitzig große Summe Geld. Und es gibt Hinweise, dass der Raubzug weitergeht. Wie kann man das bloß beweisen? Was die Leute im Moment planen, an neuer Finanzkriminalität, lässt sich für den Staat so nicht rausfinden. Denn es ist ja ein sehr abgeschlossenes Milieu. Da kommt man eigentlich nur über verdeckte Ermittlungen oder so etwas ran, wie man das bei organisierter Kriminalität eben auch macht. Dann müssen wir eben verdeckt recherchieren. Wir sind auf einen Händler in London gestoßen. Seine Spezialität seit Jahren steuergetriebene Geschäfte. Macht er sowas heute noch? Über einen Mittelsmann geben wir uns als reiche Unternehmerfamilie aus Deutschland aus, die ihr Geld mit Stahl gemacht hat. Wir erzählen, dass wir auf der Suche nach neuen Investments sind und dass wir Geld mitbringen. Jede Menge Geld. Monatelang geht es hin und her, dass wir die Summe nennen, die wir investieren wollen. 150 Millionen Euro. Da beißt der Mann sofort an. Damit wir in der Welt der Superreichen ernst genommen werden, brauchen wir eine passende Legende. Wir geben vor, Halbbrüder zu sein. Für ein paar Business-Termine sind wir gerade in London. Haben uns eine Suite in einem Luxushotel gemietet. Im 35. Stock dieses Wolkenkratzers hier. Wir präparieren die Suite für einen Dreh mit versteckten Kameras. Und mit einem Mikrofon. Hier in England ist das bei verdeckten Recherchen praktischerweise nicht illegal. Wir haben jetzt hier eins, zwei, drei, vier versteckte Kameras. Dann werden wir zu Felix und Otto, zwei schwerreichen Industriellen. In der Welt der Superreichen brauchen wir keine Visitenkarten. Es sind die Details, die glaubwürdig machen. Eine Händler, der hoffentlich gleich kommen wird, kennt nur unsere Vornamen. Wir legen Wert auf Diskretion. Was können Sie uns hier anbieten? Wie Sie hier sehen können, handeln wir in Frankreich, Italien, Spanien. Das sind die drei Hauptmärkte. Norwegen und Finnland sind am Kommen. Deutschland fassen wir gerade eher nicht an, obwohl es hochlukrativ ist. So wie die Situation in Deutschland derzeit ist, würde ich dem Land noch mindestens ein Jahr Zeit geben, bevor wir dort wieder Geschäfte machen. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt Menschen, die gerade Deutschland handeln. Ja, tatsächlich. Deutschland ist ihm geradezu heiß, aber andere sind offenbar schon wieder unterwegs. Allerdings behauptet er, dass das, was er uns anbietet, keine Cum-Ex-Geschäfte seien. Wie würden Sie das Geschäft heute nennen? Ich würde es Ereignisgetrieben nennen. Ich mag es nicht Cum-Ex oder Cum-Kum nennen. Die Art und Weise, wie Cum-Ex strukturiert war, war so aggressiv. Wir müssen nicht über den heißen Brei herumreden. Das Geld kommt vom Steuerzahler, oder? Ja. Ja, klar. Dass unser Profit aus der Steuerkasse kommen soll, stört uns natürlich nicht. Im Gegenteil. Als Superreiche wollen wir nur nicht in der Zeitung oder im Fernsehen auftauchen. Nicht, dass wir später diese dämliche Moralfrage beantworten müssen. Was ich Ihnen garantieren kann, ist, dass für mich Ehrlichkeit und Integrität an erster Stelle stehen. Der gute Ruf ist das Wichtigste. Es braucht nur einen dunklen Fleck auf der Weste und du bist erledigt. Ich kann Ihnen also versprechen, dass ich alles tun werde, um eine solide Struktur aufzubauen. Wir wollen den Markt nicht zerstören. Man muss aggressiv genug sein, aber auch weit genug unter dem Radar bleiben. Klingt ja fast so, als hätten Sie aus Ihren Fehlern gelernt. Ja klar, wenn man nicht aus seinen Fehlern lernt, was macht man dann überhaupt? Ja, man sollte vernünftig sein, nicht zu gierig. Genau. Gier, nur bis zu einem bestimmten Level. Dann ist er weg. Zurück bleibt ein unglaubliches Angebot. Darin wird fein säuberlich aufgelistet, welche Steuerzahler dafür bezahlen sollen, dass aus unseren Millionen noch mehr Millionen werden. Der Profit kommt aus Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Aber ist das alles echt? Wir haben da ja jemanden, der sich mit solchen Angeboten ganz gut auskennt. Ich sehe sehr schnell, dass es hier nicht darum geht, eine Aktie zu kaufen und darauf zu hoffen, dass sie an Wert gewinnt. Das ist nicht der Hintergrund dieser Transaktion. Diese Aktien werden nur gekauft, um wenige Tage gehalten zu werden, um am Ende Steuern ausgezahlt zu bekommen. Wenn wir jetzt 150 Millionen Euro hätten, könnten wir in ungefähr drei Monaten siebeneinhalb Millionen Euro verdienen. Und das Geld käme vom italienischen und französischen Steuerzahler? So ist es, ohne Risiko. Ich verstehe das so, dass das ein steuergetriebenes Geschäft um den Dividendenstichtag ist, also sozusagen in direkter Fortsetzung von Cum-Ex und Cum-Cum wieder allein aus Steuergeld, die Rendite erzielt wird. Ich habe immer befürchtet, dass es weitergeht, weil in der Vergangenheit ja auch schon bei jeder Gesetzesänderung es eine Anpassung gab. Wir haben es also damit zu tun, dass die Akteure sehr flexibel sich an neue gesetzliche Strukturen anpassen. Deswegen ist es so wichtig, dass die öffentliche Wahrnehmung Druck auf die Politik macht. Wir reden hier über Größenordnungen von Geld, das dem Staat entgeht, das am Ende entweder dazu führt, dass der Staat bestimmte Leistungen an die Bürger nicht mehr erbringen kann oder dass die Bürger, die ehrlich zahlen, am Ende die Last schultern, die die anderen verweigern. Die Aufarbeitung dieser steuergetriebenen Geschäfte dauert noch an. Erste Anklagen liegen schon bei Gericht, weitere werden bald folgen. Derweil ziehen die Steuerräuber einfach weiter, quer durch Europa. Ich fürchte, auch wir müssen noch weitermachen. Wir sind eins ARD